Caleb und sein Bruder Benjamin werden mit Rifa im Proben zu ferschen. Dort ist von der Blüste heute im Ferschen. Wir verspielen dich, sagt Caleb. Heute nehmt sein Angl und jängt unseren Baum in Schoten. Du wirst mehrere Ranken und heute schuftet zu dir und sagt sich du. Benjamin ist heute 14 Jahre alt. Der Wouter wird so maglich sein, sagt Benjamin. Weil wir noch schön im Bett schwimmen, wenn wir hübsch können. Heute nehmt er kurz den Haumofen, jängt den Wouter. Caleb geht nur auf die Heule, klare Wouter und dachte, wo er so schön gewinnen. Aber der sagt, du wie ein Zehn mit einer Warnung. Nicht schwimmen, der Wouter ist gefährlich. Benjamin, rückt Caleb. Dort sagt, du wie Selle nicht schwimmen. Der Wouter ist sehr gefährlich, kommt drei. Benjamin lacht und kreiert sein Bruder. Hast du Angst vor dem Klimbett Wouter? Ich bin groß und stark genug, ich war abholen. Da bloß nicht Mame und Papa wird verteilen. Du möchtest Hübsch in Wouter nähen. Caleb stöhnt ab und ging nur auf die Kunde von Rifa entdeckt. Nur sein Bruder entsagt, weil du so möchtest in Wouter spiel. Aber der Wouter nicht freut. Ein paar Minuten ruht er, rückt heute Wouter zu seinem Bruder. Benjamin, komm. Du hast dich all im Bett aufgekühlt. Du hast dort die Zeit zum Hübsch können. Du hast dich, wenn du jetzt noch nicht mehr so reichst. Und du hast dich, wenn du dich durchschwommt. Benjamin thereafter ist ein Bruder. Caleb, ich weiß nicht, ob du dich mit Angst hast. Und du hast dich, wenn du Benjamin irgendwer sein kannst. Mais wurde gesagt, dass Benjamin, die Gefahropic ängt. Benjamin brachte den Wouter auf. Aber du kannst dich von Having augeben und du kannst danken. Beagle geht mir, wenn du dich mit einem Bruder wirst. Und du hast dich, wenn du dich mit einem Bruder kriegst. Aber du kannst dich mit einem Bruder kriegen. und probte zu denken, wo die Können zu sein Bruder halten. Wann die ein Riefernen hübsst, dann nehmt die Wutte am Ort mit. Mit einem hoßte ich voll am Wuppi. Heu ran trägt nur den Baum, nehmt sich eine von den langen Ranken, vor die Viren und schlappt den Wutte. Aus Benjamin, sein Kopf war der Pferdtym, raupp heu an. Benjamin, hier, grieb dieser Rang, und dann schmeut die Rang mit all seine Krufe. Benjamin kriegt der Rang der Höhlen, grüßt eine Tiet und hält Foss. Caleb reut mit all seine Krufe zu Benjamin in den Wutte rüttritten, ober der Riefer reut so gegen ihn. Heu reut und reut ober seine Ormsfaden mehr, und heu sagt, dass ihm Bruder könne nicht viel länger füßeln. Heu wirkel so mehr. Met einmal hier, heu eine Stammhäuser, gönst dich bei. Lüb mich halten. Caleb dreht sich um in Sachen Mohn. Lüb ich heu an der Rang, reut im Hopen. Heu neum der Rang, und reut Benjamin bursig in Wutte rütt. Die Bruder bedanken sich so, und ihn fram den Mohn. Benjamin früch am, wo du tschäum, dort heu du dich biewe. Der Mohn seet heu wie ungestallt, wie den Riefer ab der Posen, in der Hopen, wann jemanden trübel tschäum. Heu seet, ob wann der Riefer so hüch wir, daun, wie rotzine ohrbette lehn der Kohn von den Riefer tschäunen, in sech am Mohn, du tschäuner in Riefer nann jeng. Heu müsst ihn langt eng einmal hauen in Tregunen. Heu seet, oog, dort du wier empfehlte viel Menschen, wo du nicht nur der Warnung hörchen durden. Der Warnung, als du findest, gönne Uziak, seet der Mohn. Heu hüb, du hast von der Wutte liet, seet heu tschäu Benjamin. Heu tacht, eck wu bissen karrdett ängste nahe hübsen. Maht eumä ho de Riefer mii te holen. Heu ee eg tot ewa haubs an ward, seet Benjamin. Graze schofte dut mit der Sine, seet der Mohn. Die koost nich blössen klien, bädeét arricht duen, aadi rotmwsch, baast di doib in der Sine adde retten. Durit de Koumen kon so schwerig sienen. Heu tid denk holen, seet Benjamin. So gueud, seet der Mohn. Nü kommt, heu va jeden hübs feeren. Glössst du noch mal dort es nicht so schlimm, wenn du im Klienbett errichtest? Vielleicht im Klienbett liegen oder streben? Vielleicht in schlechten Filme treten oder wird nehmen, wird nicht dient es? Alle Menschen haben Trügel mit seinen Gedanken, über die Bibel, die auf uns viele Warnungen dort sind, es sei gefährlich. Wir sind immer wieder im Widerweich, und dort gerne reine Leben, wo Gott geprüft hat für uns. Frau, den Herrn, die du holen, von Physikion weich geblieben, in Nähe, zu sein, zu dir sind. Alle sind gefährlich. Du hast schönes und denk aus, und Klienbett sind. Jakobus 4, Vers 7 und 8 Also, und er stolz und Gott, stolz und gegen den Bösenfiend, dann wird er von ihnen verschwinden, nur dass er nur Gott, dann wird er auch die Technik kommen. Hörg, nur Gott, seine Warnungen. Hörg, wenn du ruhig grüßt und belehrt wirst, dass du nur den Kurs wehsänen. Sprich in 19.20. Das finde ich.